Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Banished und diesmal habe ich hier Optionen, Audio, möchte ich die Musik ein bisschen lauter stellen, äh fortsetzt, weil die Musik die gefällt mir. Ist vielleicht etwas zu laut, so, schalten wir wieder unsere Helferleine ein, schöne mittelalterliche Musik, da braucht man keine Playlist im Hintergrund, da kann man einfach hier Banished spielen, da hat man wieder schöne Musik. Und die ist schön gefühlvoll, da kann man schön viel mit anfangen. Hier zum Beispiel ein neues Symbol und zwar brauchen wir einfach hier rüber gehen, beim Brennhalz einmal hier ein bisschen höher zu stellen, ich stelle das dann mal um 8000 und dann meckert der mit der Zeit nicht mehr rum. Das war es wirklich so cool. und die schon guten ertrag noch nicht sondern noch sommer alles noch im butter wenn dann hier das nutzvieh auch drin ist die kriegt man im zweiten jahr richtig viel nahrung wie das hat ja ignorieren haben wir noch nur wo ja drei von drei arbeiter sind hier sind 4 von 4 und hier sind 2 von 2 wie viel haben wir denn noch ihren nahrung drin wird schon weniger steine haben sie aber sehr viel abgebaut 95% jetzt ist sommer und das ist ein siedler der drinnen steht ich wollte das feld gerade anklicken habe gerade gedacht das wäre eine pflanze gewesen genau 89% der ist hier 99% das sagt man gleich wenn er bei 100 ist ernten jetzt kann man es nicht mehr ernten ich habe nichts drauf gedrückt ach das wird automatisch geerntet sehr schön sehr schön wird das dann hier mit kohle aufgefüllt dann später guck mal das ist schon wieder voll ich brauche schon wieder so ein teil guck mal die steine wurden ja auch noch nicht alle abgebaut was sehr 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 blöd ist die mine ist ja das einzigste was ein bisschen gerade aber warum warum bauen die glatzköppel hier die mine nicht die fenster die fenster hier nur bäume oder der zeit noch wäre es eigentlich sinnvoll ist die mine auf die andere seite zu zu klatschen genau die idee die tun jetzt nur hinten alles alles machen pass auf hier das teil das teil weil da noch nichts geschafft ist bauwerke bäume ist weg das hier hoffe ich mal dass das irgendwann in angriff genommen wird und wir tun jetzt hier drüben die mine errichten die da mit einmal er hier super dran passt ja die arbeiter suchen sich gleich die arbeit und dann die der steinbruch mit einmal er jedoch eigentlich super anpasst oder jetzt mich verhorchen dass der hier nicht hin passt nein da passt ja nicht hin auch ne hier passt er hin ach ne dort oben ist zu bergisch dort oben ja da lasse ich das jetzt nochmal mal kurz was so da war kurz mal der sound weg klar meint es geht gleich weiter der sound ist auch gleich wieder da so 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 du hast du mal kurz was gucken genau fortsetzt doch die musik in obs noch ein bisschen leiser gestellt so die mine die wird jetzt hier errichtet oh ja guck mal ja wie schnell es auf einmal geht müssen das noch bisher zum zum winter hinbekommen und hier jetzt mal ja das ist natürlich arg dämlich was ich hier gerade gemacht habe jetzt ist nämlich gut ja genau ressourcen abbauen bitte fällt doch endlich mal das zeug hier was ist los lebensverräte sind fast aufgebraucht was lebensmittel lebensmittel also die holen sich natürlich hier die ganze zeit wahrscheinlich die am besten an der quelle sitzen die und die sitzen am besten an der quelle da guckst du dumm da brenner es gibt es genügend aber nahrung da müssen wir hier eine zahl hinbringen so hier ist fast alles weg und dann probieren wir es nochmal in der mine ich weiß nicht warum wir die hier die arbeiter hier können wir schon ah jetzt habe ich es verstanden jetzt habe ich das verstanden guck die mine nimmt langsam form an das ist super da wir gerade nicht so viele arbeiter haben und zwar nur vier und zwei das bedeutet im raum nur sechs im normalfall wenn jetzt hier irgendwo der zahl runter geht dann bauen die grad irgendwo wege das heißt wir können fünf irgendwo anders einsetzen zum beispiel hier ein von allen können wir uns hochsetzen schade geht in die mine jetzt zu bauen nur weil wir die zu weit hier nach links gebaut haben oder was dann hätten wir die hier perfekt reinbekommen ja die hätten wir ja die hätten wir ja perfekt reinbekommen scheiße ähm ich muss dich hier wo ist denn das hier äh ne stopp marion zu leiten wie wir das tun wird zurzeit abgerissen nur am spätsommer wenn ich das schon sehe scheiße ich habe noch nie abgerissen muss ich dazu sagen aber es muss leider so geschehen haben wir die ganzen felder abgeerntet alle felder sind abgeerntet oh hier entsteht jetzt was sehr schön äh wenn wir alle felder abgeerntet haben brauchen wir auch keine bauern das geht jetzt aber fix abreißen geht wahrscheinlich schneller als aufbauen sooo hier arbeitet niemand weil es wird jetzt winter und wenn winter wird dann äh braucht ja niemand im felder arbeiten ne sooo 50% sind schon geschafft ist das ne insel ne das ist ja die beschisseneste map die ich je gespielt habe ringsrum hier von bergen müssen wir erstmal drüber kommen die region sieht gut aus hier da werde ich mich jetzt hin bauen nach oben jetzt ist es abgerissen so jetzt stellen wir die Mine äh hier als erstes kommt die Mine so hier ist die Mine und jetzt äh dich so jetzt können wir den neuen machen genau jetzt ist hier kann man jetzt sagen genau na keiner wollt grad sagen du musst jetzt nur hier hinfinden du musst nur hier hinfinden du musst nur hier hinfinden er hat er ihn gefunden so dann wird mal 2 aber immer noch 3 über die hier gerade ein paar Monate zwei weniger muss ja immer hier effizient arbeiten sieben stück genau das gibt jetzt auch äh recht schnell wahrscheinlich 0 von 7 was ist denn hier im weg sind das 7 hier das zeug hier müssen auch 3 was abgebaut werden äh das kann ja heiter werden es sind schon 5 wenn es 5 werden da können die auch hier einen schönen Weber bauen wie viel Werkzeug haben wir noch weil das geht eine schneiderei sollte auch nicht so weit weg sein baue ich jetzt mal hier hin oder hier gehts gar nicht hier gehts überhaupt nicht hier gehts auch nicht aber so geht 0 von 0 das ist sehr gut 0 von 3 1 2 3 und bam den Weg den können wir ja mal weiter hier ist ja jetzt nicht zwingend aber man kann es ja machen nein gibt es nicht gibt es nicht dass es hier zum stocken kommt aber ich glaube es liegt wirklich daran dass jetzt diesen Streifen hier noch guck mal die rennen auch sofort hier hin weiß ich dass wir hier gerade mehr brauchen also mehr Kleidung brauchen als als Dings hier als Stein Stein und Eisen haben wir nämlich eigentlich jetzt äh genug aber das ist trotzdem schon mal als Vorbereitung oh hier ein halbes Herz haben wir schon mal weniger das ist nicht gut überhaupt nicht gut Weg ist fertig gebaut so ich sehe das Problem an der Mine ein Baum also ein Setzling zwei Setzlinge ein kleiner Baum das ist nicht gut nein 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 überhaupt nicht gut ist trotzdem der beste Platz gerade hier das hat mich grad schon wieder weggeklickt oder? kann das sein? mal klein mal gucken ob hier Hühnerfleischchen drin ist ne aufteilen kann man das sogar? ist ja lustig hat aber die Animation eines Bauern muss ich da mal dazu sagen das steht schon mal das steht schon mal eher als äh drüben die Mine das gefällt mir doch schon mal und ich weiß ja ganz genau warum so weil dort gerade alle Bauarbeiter sind ups und die drei die arbeiten gerade hier an der Schneiderei und die äh die restlichen sieben die sind hier gerade am Holz und Stein kloppen das ist denn zu schwer das hier hier hin zu bringen Brennholz kann man das auch stocken auf 2? geht das irgendwie? ich bin hier Brennholz Holzhacker 2 ne müsste ich ja hinten umende die Zahl aber die funktioniert ja nicht schade ja jetzt wollte ich schon wieder aufs x drücken ich habe es gerade selber gemerkt Mensch 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 ach hier ein Bauarbeiter da bin ich jetzt mal gespannt was der jetzt macht hier was macht der? ne ist ein Kind schade schade kommt jetzt auch Brennholz hin er ist ja zu 100% das auch zu 100% ich glaube hier und 21% das kommt hier gerade dazu ne das räumt ihr einfach hier nicht weg was ich auch dem nicht finde wenn ihr das jetzt hier dazu packen ne 97% abgeschlossen können wir gleich wieder hier 3 wegnehmen und ein 1 3 weg und einen zu Leder Wolle 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 geht ja schlecht ich lass mal bei Leder ja ja meine lieben Freunde die 20 Minuten sind hier wieder um so schnell geht's und da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag tschüss bis zur nächsten Folge von Banished bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal